So meine lieben Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute spielen wir Creative Destruction, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist sowas ähnliches wie Fortnite, nur ein bisschen schwieriger würde ich behaupten. Oder ich weiß nicht, ich habe Fortnite noch nie gespielt. Ja, ähm, ja, ähm, kann ich aus, ähm, in der, ähm, im Game, ähm, erkläre, ähm. Also es gibt hier verschiedene Waffen, wie ein Flammenwerfer, wie eine Uzi oder eine UMP9. Verschiedene Seltenheitstufen und allem. Alter, wie schnell baut denn der? Akzeptiere ich nicht. Haha. So, man kann hier auch, ähm, Dinger abbauen. So kann man so ein bisschen Stoff haben, man hat auch gesehen, man kann hier auch bauen. Ist also wirklich wie Fortnite. Der, der hat mein Haus kaputt gemacht. Oi, 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 mit einer RPG, ja. Ups, jetzt habe ich gerade, wollte ich nicht. So, ich gehe, ich habe keinen Plan, wo will ich hin? Ich gehe hier hin. Wird schon schief gehen. So. So, man kann hier auch wohl lang gleiten, ist das Coole. Also wie bei PUBG und, ähm, und wie bei Free Fire, äh, Fortnite, so rum. Man hat hier auch so eine Art Gleiter, der aussieht wie ein Fallschirm, wohlgemerkt. Jo. Ich hoffe, ich bin mal jetzt, komme ich ein bisschen weiter. So, ich bin mal hier gelandet. Das bauen wir hier mal ein bisschen ab. Die ist eine Waffe, äh, nur eine kleine Art Waffe. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, wenn ich down bin. Nee, das macht keinen Unterschied. Ich könnte eine andere Waffe gebrauchen. Keine Nebenwand, also, Möglichkeit besteht, dass sie keiner, ähm, wie heißt das? Keine Kiste ist. Das Spiel ist auch, ähm, ziemlich schwierig. Im Online-Modus. Weil es gibt auch einen Trainingsmodus, der ist easy. Aber dieser, ähm, Online-Modus hier mit echten Spielern ist sauschwer. Und ich werde es hier zerstören. Oh. Okay, die Sache ist, ich habe auch keine gute Waffe. Ui, das gibt mir viel Materialien. Tausend Leben, ey. Meine Jüde. Jetzt soll ich aber endlich meine Waffe finden. Man sollte es mir nicht angearscht. Ist eine Kiste. Okay. Brauchen wir ein wenigstens zu lange, ich muss näher ran. Okay, er hat mich bemerkt. Und da war aber noch einer. Zwei Headis. Verloren. Nice. Sieht nach einer guten Runde aus diesmal. Genau. Vielleicht. Und da war's. Ich bin ja. Okay, wir müssen uns mit Runde aus hier. Dann habe ich ja. Ich bin ja. ��ес. Ich bin ja. Ich bin ja. Und da. Und da war denn? Ich bin ja. Ich bin ja. Nice, Heady. Boah, jetzt hab ich doch Jackpot, was ist denn mit Uiuiui? Ich hab ja einen Jackpot. Nice. Find ich mir. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020